Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Bahn setzen heute ihre Tarifverhandlungen fort. Vorab kritisierte die Gewerkschaft, dass die Bahn bislang noch kein Angebot vorgelegt habe. Der Konzern hatte vorgeschlagen, sich am Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zu orientieren. Die EVG fordert 12% mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat.